Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video mit dabei ist heute ein ganz besonderer Mensch, der hier gerade schon am rafen ist, Alter. Was geht? Der liebe Standard-Skill ist mit dabei. Hallo! Geht ab! Und ich hab gehört, du bist ein richtig krasser PC-Spieler. Digger, ich bin der Hefteste von allen. Leute, ich kann euch mal ganz kurz die Runde, die wir gerade zum Einspielen gemacht haben. Die ist zwar nicht repräsentativ, weil, keine Ahnung, das hat halt aus Glück wahrscheinlich so gut funktioniert, aber schaut mal hier ganz kurz. Oh, hier ist gar keine Ahnung. Nö, ja. Oh, das ist gar... Warte, ich komme hoch. Bruder! Zwei Lobos gekillt. Okay, warte, ich komme. Wo ist der? Hier sind welche? Zwei? Einer hat dicken Hit. Einer knocked. Einer ist down. Nice. Sehr schön, Bro. Easy. Er frisst einen, Alter. Er frisst. Er frisst noch einen. Und er geht down. Ja, und dann am Ende wieder, Leute, ihr kennt das, ne? Shotgun. Gut, wir beide machen heute ein kleines Duell. Playstation gegen PC-Spieler, aber gucken, wer mehr Kills bekommt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich auf jeden Fall am Sack bekomme. Allein wegen deinen Tanz-Moves schon, ne? Kritischer... Also, mal gucken. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich werde mich anstrengen. Aber ich denke mal, zehn Kills mindestens. Oh, Digga, wir spielen jetzt halt in der gemischten Lobby, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin krank verwirrt, weil hier sind Mobile-Leute drin, hier sind Leute, die, glaube ich, keine Hände haben. Hier sind Menschen drin, die PC spielen, Playstation. Klar, nur die Xbox-Spieler dürfen nicht mitspielen. Aber gut. Aber trotzdem, alle Tilted Towers, schnell, schnell, schnell. Aber trotzdem gehen alle nach Tilted Towers, genau. Okay, gehen wir zusammen in dein Haus oder gehen wir getrennt wieder? Ich glaube, ich gehe in die Grünfläche da. Okay, beim Parken oder wie? Ich wollte noch ein bisschen mähen, weißt du? Ah, easy, easy. Rasen schneiden ist auch ganz wichtig. Jetzt ist Frühling, Bruder, der Rasen muss sitzen. Ich habe extra meinen Rucksack eingepackt heute. Junge, wir haben uns beide diesen Rucksack angezogen, Leute. Ihr seht ja diesen Kinderrucksack mit John Wick. Das sieht wirklich so aus, als hätte John Wick persönlich ein Kind umgebracht, nur um diesen Rucksack zu stehlen. So sieht es einfach aus, Mann. Das ist so krank. Aber mir gefällt das. Okay, ich war jetzt hier auf die ersten Kills. Wo sind die Leute? Wo sind die ersten PC-Spieler? Hier ist gar keine Waffe. Okay, hier bei uns ist einer. Der ist eingebrochen. Hier ist Tomatenkopf. Okay, ich bin tot. Warte, ich komme runter. Ich komme runter, finde ich ja nicht direkt. Ey, das gibt es doch nicht. Ich kriege hinten einen Sniper. Hey! Was? Wie viel AP hat der? Wie viel AP hat der, Alter? 10. Man, ich hasse diese Shotgun. Ey, Digga, man kann diese Shotguns einfach nicht mehr spielen. Der Typ hat mich einmal mit einem grünen Shotgun gehitten. Ich kriege 90 Damage und er kriegt drei Schüsse mit der weißen und kriegt 10. Okay, wir haben Pumpgun. Ich gehe um. Ich komme runter gleich. Ich habe auch eine Pumpgun. Ich habe auch eine Pumpgun. Warte. Oh Gott, oben, Scar. Zwei Leute. Ich bin tot. Ich komme, Bruder. Einer ist tot. Schnell, 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 schnell. Komm bitte. Kli, kli, kli. Ja, nice, Mann. Was ein paar Frechdachse. Digga, pass auf. Ich dachte, der hat Scar. Das sah aus wie Scar. Jetzt kommt von hinten ein Headshot vom Berg. Sniper. In meinen Kopf rein, Alter. Okay, guck mal, die haben hier direkt Trank für mich. Alles dabei. Nice, nimm dir. Er hatte diese Autodingens, diese komische AR. Aber in lila, in lila, sie ist krank stark. Na, ich finde die nicht so. Also, wenn du triffst dann, ja, okay, geht so. Also, auf Close Range geht schon gut rein damit. Ich halte mich gut zerfetzt. Ich hatte ein bisschen Panik, weil ich dachte, das wäre Scar. So, ich gehe schon mal ganz nach unten. Ey, ist Ruhe gerade. Was? In Tilted? Oh, ich habe Leckerschmecker Legendary Pumpgun. Oh, das geht gut, das geht gut, Digga. Hier ist ziemlich ruhig, ne? Zurück, Digga, zurück vertötet. Oh mein Gott, komm mal bitte her, was hier liegt. Du hast auch ne Legendary. Ich habe auch noch ne Kiste oben. Ne Pump? Ja, ne Neune. Schmeckt, Alter. Oh yes. Gib mir mal die Eier. Ich habe noch keine, also egal. Ist egal. Ist egal, oder? Hier liegt ne Burst. Hier liegt ne Burst. Der soll jetzt eh nicht so viele Kills machen. Wo ist denn die? Wo? Gegenüber. Gegenüber, Bruder. Ich habe einen Headshot gefressen. Er ist direkt gegenüber. Er pusht. Er hat einen MG. Pass auf, er hat einen MG. Okay, baue mich ein. Am besten nicht hier, oder? Seine Mates. Oh, ich habe keinen. Ja, komm mal rein hier. Warte, warte. Ey, ich habe Trick. Ich trage Trick 17, Digga. Ey! Warte, warte. Ich klopp die schnell. So, sein Kollege ist schon mal tot. Jetzt, ich sage dir, er legt sich nicht gegen uns an. Oh mein Gott. Der habe mich runtergeschossen. Wir werden gepusht noch. Ja, ja. Du bist gleich tot. Du bist tot. Bitte das... Nein! Digga! Ey, was ist... Was ist... Was ist los gerade? Ey, ohne Spaß. Der hat jetzt von... Gegenüber... Einen Headshot mit dem MG. Ich war instant down. Mit der Minigun, ne? Es war eine Minigun sogar, oder? Mann, das kann doch nicht sein. Als wäre das hier so krank schwer, Alter. Okay, einer von unseren Besten. Oben einer Hundehütte. Weil Hundehütte spawnt ja auch immer was. Ja, äh... Geh du Hundehütte. Okay. Geh ich auch hin, weißt du. Weshalb? Da kommt schon so ein Team Fortresskin. Mit gelben Handschuhen. Muss los, Alter. Er landet aber am Dach. Er landet am Dach. Oh ja, die landen sehr viele. Zwei oben. Ich gehe nicht ganz oben. Ich gehe eins runter. Oh, ich habe Pumpgun. Die bauen sich nicht runter. Einer hat down. Ganz oben auf dem Dach oben. Hab einen down. Nice. Ist das... Ist das deine Falle? Ja. Ja's, Digga. Nice, Mann. Da kommt noch einer rein. Soll da reinkommen. Ist down. Okay, Digga. Sehr schön. Oh, leckern Schildi. Den gönne ich mir noch. Pisst und killst schon mal, Digga. Pisst und fallen killst. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an hier. Wir müssen am besten hier links dann lang gehen. Weil ich habe immer noch keine AR. Geh du vor. Geh du vor. Natürlich gehe ich vor, Bruder. Ich gucke. Weil ich habe nichts zu bauen. Spielspielspiel. War real da und ich auch nicht. Du siehst aus wie ein Geologe mit deiner Axt da. Ja, ich bin Geologe mit Kinderrucksack, Alter. Ey, hier sind Bomben. Was? Hier schmeißt einer Bomben auf uns. Hier drin ist einer. In dem Haus hier? Oh mein Gott, der Attacher, der hat Scar, der hat Scar. Der ist oben, Digga. Der ist down. Hab ihn down? Nice. Kann ich die Scar bitte? Nehm dir. Drüben, drüben, drüben. Warte, warte, warte. Spray rein. Hat einen Hit. Ist down, ist down, ist down. Digga, ich habe keine Muni mehr. Hab ihn down. Okay, nice. Hast du Shotgun Muni für mich? Ich habe neun Stück, Digga. Ich habe auch nicht so viel. Okay, ist egal. Oder chill. Bin ich ganz hinter dir, ne? Ja, easy. Die sind vor uns. Unter mir, unter mir. Komm mal, komm mal, komm mal. Kommt hoch. Hat dicke Hits, hat dicke Hits. Das ist quasi one hit. Okay, er rennt sich falle, der Idiot. Da kommt noch einer. Komm rein, komm rein. Da kommt noch einer rein. Pass auf, von vorne. Hier wollen wir rausgehen, ja, wa? Easy. Hier lass die links lang. Boah, Alter, neuner Hit. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Ich bin instant down, Alter. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ey, Digga, hast du gesehen wieder? Hast du wieder gesehen? Ja, ja. Lächerlich, Digga. Wen trifft es immer mich, Alter? Wieso? Erklär mir bitte, warum? Die sind, ey, du hast doch sogar 150 Leben gehabt. Digga, ich hatte 120, ich war One-Shot, Alter. Ich war One-Shot. Ey, gib dir 150 im Vorbeispringen. Weißt du, was ich drücke? Gar nichts, Alter, nichts. Lass mal, ähm, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo nicht so viele Leute sind jetzt? Lass mal hier links hochgehen, oder? Lass mal hier links hochgehen, oder? Wir müssen ewigen Zonen, Solti. Lass mal hier links geraten lang. Also, es sieht mir hier aus, als würden hier auch Leute sein, oder ne? Die uns dabei beobachten, die wir umlegen müssen. Ey, ich find's so chillig von dir, dass du mir die Schildtränke liegen lässt, Alter. Die sind da Schildtränke? So bist du ein heftiger Ehrenmann, ne? Ja, gib mal einen ab. Äh, ich hab nur zwei Stück. Aber ich geb dir trotzdem einen, hier liegt. 50er, oder was? Ne, äh, 25er. Ey, hier liegt eine blaue AR. Ja, okay, dann nehm ich den anderen Schildtränke jetzt doch, ne? Tut mir leid. Ja, nimm du, nimm du. Hier ist noch ne Kisse. Kann ich die blaue AR haben, ja, ne? Nimm die blaue AR. Nimm die blaue AR. Ich bin Ehrenmann. Echt toll. Ja, ich mein, gut, du hast ne Scar, Bruder. Ja, okay. Da merkt man einfach das. Lecker, lecker. Lass uns einfach den gottverdammten Winnie holen, Alter. Lass sie jetzt, äh, in die Stadt gehen. Sind Gegner? Bruder, muss los. Sag Bescheid, Alter. Lol, ich treff ihn nicht. Komm her. Ich push mich, Digga. Oh mein Gott. Einer ist down. Das ist mein Kill! Nein, du steilst! Oh mein Gott, was für ein... Digga! Das war so ein Steil, Alter. Das war belastend! Was? Das ist meiner! Nein! Junge, du verf***te Anti-Mates! Ja! Das ist hier der Sieg! PS4 an die Macht, Mann! Ich hab dir halbe Stunde Zeit gegeben, sie zu killen. Du wolltest nicht. Digga, ich war gerade noch im Nachladen, Bruder. Ich wollte nur auf korrekt machen. Das war so ein Diebstahl, Alter. Nimmst du erstmal den anderen? Ich krieg Falschschaden, seinen Pfarrer, Alter. Aber der hat Scar gehabt, ne? Was? Der hatte der Scar gehabt? Ich hab keine Scar. Hä? Hab ich nicht. Ja, dann laufen wir jetzt zurück und ich gucke, ob hier eine Scar liegt. Okay. Ich snack mir dann hier vorne die weiteren Gegner, ja? LOL! Hier ist eine Gold-Scar! Halt's den Maul, Junge! Ich hab dich verarscht. Ich spiel jetzt einfach mit zwei Scars. Okay, easy. Ich spiel jetzt mit zwei Scars. Okay, mach das. Ich gönne mal hier die Lina, die ich hab, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie krass Doppel-Scar ist. Digga, das macht gar keinen Sinn, einfach. Doppel-Scar, Junge. Dummste Taktik überhaupt. Richtig dumm. Alter, das sehen wir richtig viele Leute. Die können auch ordentlich Kills machen, ne? Digga, das war gerade so dreist. Also, tut mir leid. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Da sieht man mal, wie die wahre Natur eines PS4-Spielers ist, Bruder. Alles klar. Ich glaub, hier sind noch welche. Digga, hier ist niemand mehr, Alter. Oh, da kommt Meteorit drunter. Also, mir wurde mal gesagt, oder ich weiß das auch. Vor uns, vor uns, vor uns. No Skinner, vor uns, no Skinner. Ein Shot. Stark, Digga. Jetzt lass pushen. Jetzt lass richtig aggressiv machen. Einer ist hinterm Baum. Die haben beide sich ein Käfig gebaut. Einer ist tot. Einer ist tot. Okay, jetzt brauche ich deinen Pressure, Digga. Nice! Stark machst du das. Nein, Junge! Da klaut er mir den Kill. Was für Klaut! Was für Klaut! Digga, du bist so ein ehrenloser Spieler, Alter. Du hast geklaut, danke. Gib mal jetzt lieber ganz kurz ein paar Raketen-Munition, bitte. Nö. Er sagt so Pressure mal, nicht Pressure. Er hat geklaut. Ey, da schießt einer. Hinter uns, hinter uns. Ich weiß, das hab ich gebaut. Okay, nice. Siehst du den? Nö, du? Ja. Oh Gott, fast Hit. Fast Hit. Die sind hier hinter uns. SO 150. Da hinten kommt einer angerannt. Ja, nice. Wollen wir Pressure machen? Ja, easy. Kann wir machen. Mal gucken, wie wir uns hier gegenseitig zubauen, Digga. Oh, du bist ganz schön hoch, Digga. Oh, nice, Junge. Ja, nice. Schieß rein. Also, Granatwerfer ist nicht so deine Stärke, ne? Überhaupt nicht, Digga. Ja, Digga. Ich sag mal, ich sag mal nicht, dass ich... Ich hab hier vorher keine 109 gegeben. Also, das... Digga. Digga. Halt's mal! Ich hab dem einen Typen, den du gedaunt hast. Ich hab ihm 109 mit meiner Pump gegeben und dann musstest du nur noch einmal pusten. Dann ist er umgefallen. Komm, hier nimm die Raketen, Alter. Ich bitte dich. Nimm die Raketen, ich hab die Schnauze voll. Ich bitte dich. Komm, gib her. Gib her. Ja, liegt da. Ja, hab ich. Hab ich extra draufgekackt, dass die auch nicht treffen. Aber ich muss sagen, du bist ein richtig guter Granatenspieler. Ja, Mann, Granatwerfer waschen immer mein Ding. Also, ich merk, mit den Granatwerfer machst du öfters was, ne? Rocket Launcher waschen meins. Rocket Launcher. Ich liebe Rocket Launcher, Granatwerfer... Ich spucke drauf, Alter. Ich sag's hier. Okay. Hier liegen auch Raketen, die hast du gar nicht mitgenommen. Den einen Typ, den du mir gestealt hast, den ziehen wir gleich ab. Eigentlich die zwei Typen, die du gestealt hast. Also, theoretisch sind wir der Gleichstand. Rechts doch welche. Die kommen da auch direkt, die pushen, ne? Was macht der da? Nice. Nein an ihm! Die sind so schlecht, ne? Also, das sind meine Kills. Wenn du jetzt die killst, dann ist das Stealen. Ich bin knocked, ich bin knocked, Alter. Gib mir, obwohl ich hinter der Schräge war. Du musst es machen, du musst es machen, Bruder. Hinter dir pusht dich einer. Dein Mate kommt. Nein! Digga, er hat 200 Leben gehabt. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Er hat 200 Leben gehabt. Ich geb ihm 95 Headshot, ey. Das ist eine Verarschung. Bruder, Bruder. Das ist Verarschung. Ich sag's dir. Ja, also, ziehen wir die zwei Kills ab, die du mir gestealt hast. Dann sind wir bei 7 zu 8, Bruder. Nee. Da sprechen wir jetzt einfach mal gar nicht von. Weißt du? Das ist einfach... Also, ich würde sagen, letztendlich, wir kommen auf dem Unentschieden hinaus. Bin ich mir sicher. Digga, was da jetzt steht, was da jetzt steht, das akzeptiere ich so nicht. Du hattest Granatwerfer gehabt. Viel krasser, die Waffe. Was? Digga, was? Der blaue Granatwerfer ist so ziemlich die wackste Waffe überhaupt, Alter. Haha, ich hätte sie nicht damit locker geholt, 10 Leute. Hättest du nicht, hättest du nicht, hättest du nicht. Leute, wir sind auf jeden Fall am Ende unserer wunderschönen Challenge angelangt. Schaut auf jeden Fall mal wie beim Standardskill vorbei. Es hat eine Menge, Menge Bock gemacht. Wir lassen uns einfach mal so im Raum stehen, Bruder. Weißt du, die erste Runde, wo du einen Kill hattest, ich 5. Ey, komm, darüber reden wir nicht. Weißt du? Darüber reden wir nicht. Alles klar, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst bei dem Boy einen Zap da. Ich würde sagen, wenn ihr einen zweiten Part davon haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Ciao, ciao.